Deko-Behälter Graf bietet mit Deko-Behältern in über 50 Formen und Farben eine schönere Alternative zur klassischen Regentonne. Diese Deko-Speicher bieten, verglichen mit der klassischen Regentonne, ein großes Speichervolumen auf wenig Stellfläche. Der Untergrund sollte für die Aufstellung eines Tanks möglichst eben und tragfähig sein. Der Anschluss an das Fallrohr erfolgt über einen Fallrohrfilter. Der Behälter erhält eine Bohrung für die Montage der Zulaufdichtung. Der Fallrohrfilter reinigt das Wasser und sorgt für einen Überlaufstopp, wenn der Tank voll ist. Der geschlossene Behälter verhindert zuverlässig, dass das Wasser verunreinigt oder als Brutstätte für Mücken dient. Im Winter lässt sich der Zulauf durch einen Stellring am Gehäuse stoppen. Dem Einfrieren des Wasserspeichers wird so im Handumdrehen vorgebeugt. Zur Entnahme des Wassers wird ein Messinghahn in den Gewindestutzen des Tanks eingeschraubt. Die Graf Antik Amphore verfügt zusätzlich noch über eine Pflanzschale zur individuellen Gestaltung. Vor Bepflanzung wird das mitgelieferte Geotextil eingelegt. Es verhindert das Blumenerde aus der Pflanzschale, das kostbare Regenwasser verunreinigt. Einen Graf Dekospeicher müssen Sie nicht mehr hinter der Garage verstecken. Er setzt gestalterische Akzente und spart zudem noch kostbares Trinkwasser ein. Ihr Dekobehälter ist nun perfekt aufgestellt und angeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Graf Regenspeicher. Einen Graf Dekospeicher